Ich muss einfach immer noch wegen dem Joke lachen, man weiß nicht, wie viele Kills man hat. Alles wie eine Challenge-Herausforderung-Serie. Ganz einfaches Prinzip, ihr schreibt mir Challenges, Herausforderungen, irgendwelche Sachen, die ich im Spiel erledigen muss, in Ganfer 2 erledigen muss, in die Kommentare. Ich picke mir dann eine lustige Sache raus und werde die dann demnächst machen. Ich habe das früher eigentlich recht oft gemacht, vor allem zu Ganfer 1 Zeiten. Ganfer 2 habe ich dann begonnen, aber das ist nicht wirklich weiter fortgeführt. Und jetzt möchte ich wieder ein bisschen mehr damit anfangen. Das heißt, eure Aufgabe ist jetzt irgendwelche lustigen Challenges, wo ich alleine oder vielleicht auch als Team mit meinen Freunden irgendwelche Challenges, Herausforderungen machen muss. Falls ihr Inspirationen sucht oder so, ich verlinke euch mal die Playlist, wo mehrere solche, ja wo einfach die ganzen anderen Challenges drinnen sind, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wir fangen jetzt hier an mit einer, ich würde nicht sagen von mir ausgedachten Challenge, aber mit einer sehr, sehr bekannten oder der bekanntesten Challenge in Ganfer 2. Und zwar die No Hut Challenge. Ganz simples Prinzip, wir gehen auf Optionen, gehen auf Verschiedenes und stellen das Hut aus. Und so müssen wir jetzt eine Runde spielen. Ganz lustig. Das Schlimmste bei dem Ganzen ist eigentlich nur das Fadenkreuz. Die Fähigkeiten und, obwohl Lebensanzeige könnte auch ein bisschen verheerende Wirkungen ausnehmen. Okay, vergesst das Letzte. Ihr wisst, dass ich meine, es ist nicht so ganz einfach. Ich habe es noch nie probiert, aber mal schauen, wir suchen uns ein Spiel. Los geht's. So, wir sind jetzt hier auf der Sommersette. Ich würde sagen, da nehme ich den Paläontologen. Ich mache es mir nicht ganz so schwer. Ich könnte es auch einen Sniper nehmen, aber das wird dann ein bisschen zu schwierig. Paläontologe ist, glaube ich, ganz okay. Kann man gleich mal nehmen, um das zu testen. Und wir spielen hier auch Team Sieg. Das heißt, sie hätten eine nicht allzu lange Folge. Was ich aber auch begrüße, weil, ja, ich weiß noch nicht. Wie, dass das Ganze jetzt so wird. Vielleicht verkacke ich jetzt extremst. Aber mal schauen. Ja, gut. Wenigstens bin ich nicht gestorben. Jetzt sterbe ich aber. Äh, ne. Okay. Das Blöde ist, wenn das Hut komplett aus ist, es werden auch die Gegner nicht markiert. Und manchmal sieht man ja, wenn die Gegner schon gesichtet worden sind, diese kleinen Symbole, diese kleinen, ja, Symbole halt, über den Köpfen der Gegner. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und ich, okay, also das kann ich komplett vergessen. Aber das kann ich vielleicht schaffen. Okay. Kann ich auch nicht schaffen. Ich muss, wie mache ich das am besten? Wie mache ich das am besten? Ähm, gehen wir. Ich muss rein in die Häuser. Ich muss, wie mache ich das am besten? Ich muss, wie mache ich das am besten? Wie, wie meine Team-Sieg-Anzeige steht? Wer gerade gewinnt? Und wie lange wir noch zu spielen haben? Wir sind mal nur Zombies. Da ist er. Ich hab 750 Zommes endlich gekillt! Ich weiß es nicht! Umweg da! Nein! Wenn mich jetzt! Lass mich in Frieden! Komm dann, explodier doch! Dankeschön! So, den Stein kriegt den Janimionen! Wenn mich dir... Ja, die werden im Pferd geklaut. Ich bin doch die Rosi. Ich bin nicht die Rosi. Lasst mir doch die... Okay, das überleb' ich nicht. Oh! Oder vielleicht doch, vielleicht doch. Ich weiß nicht wie viel Leben ich hab. Ich hab' das überlebt. Aber ich hab' nicht mehr viel Leben. Das sieht man an diesen... Zacken hier. Äh... Was war das jetzt? Ich käme gar nicht mehr aus. Wieso sind das so viele? Geh doch weg! Geh doch weg! Geh doch weg! Geh doch weg! Wieso blockst du mich, Mann? Ach, Mensch! Weil wir haben... Das wird ein unnötiger Tod. Der ist einfach stehen geblieben. Ich dachte, der geht weiter und wir blocken uns nicht gegenseitig. Hm... Wo gehen wir hin? Da drüben waren recht viele. Treff' ich? Warte, wenn ich den jetzt treffe. Hab' ich nicht geloffen? Ich weiß nicht. Ich hab' leider auch keine Anzeige, ähm... Was Erfahrungspunkt angeht. Nein, ich bin ein Schnapper. Und eine verrollte. Ah, ich hab' ihn gekillt. Mein Schnapper ist auch. Komm schon, komm schon. Ja... Gekillt. Aber ich hab' nicht mehr viel Leben, glaub' ich. Da war doch noch einer. Wo ist die Erbsen? Warte! Alter, ich hab' sieben Kills! Wann hab' ich sieben Kills gemacht? Das ist so geil ohne hat. Man weiß einfach nicht, wie viele Kills man hat. Ha! Dieser Witz gerade. Das ist geil ohne hat. Man weiß nicht, wie viele Kills man hat. Ha! Koalas-Jokes. Ok, vorher hab ich gerne noch. Ich hab' ja nicht mehr als auch einen. Ja, das ist da. Ich hab' ja nicht mehr. Und ich hab' ja nicht mehr, wie viele Kills. Ja, da ist das, was ich nicht mehr so weit war. Dich hab' ja nicht mehr... Ja, da ist das. Die E-Ko-Jokes. E-Ko-Jokes. Wo gehen wir hin? Das ist das denn? Du bist der. Wöh-Jokes. Ich hab' mich bestimmt nicht verschaut. Wo gehen wir hin? Wo sind die Gegner? Kommt der drauf? Ha! Opa! Geh ich runter? Ja, ich geh' runter. Der scheint mir nicht besonders clever zu sein. Und trotzdem erwische ich ihn nicht. Oh, ja, genau! Oh, ich dachte das ist eine Blume. Die hole ich mir schnell lockerflockig weg. Nix da! Die hat eine kleine Pflanzenarmee. In dem sie stehen. Äh, ja. Das nehme ich gerne an. Ich kann mich gleich wieder heilen hier. Ist das ein HDMI-Stecker? Konzentrier dich! Jawoll. Okay, wo gehen wir hin? Ich glaube, ich hab' nicht volles Leben. Ich versuche mal von hinten zu kommen. Oder auch nicht. Ach Mensch! Gartus anfängt Spaß zu machen. Okay. Haben wir auch ne wegen drei Kills verloren. Das ist ein Pech. Gut. Schauen wir mal. Ich hoffe zumindest, dass ich positiv gespielt hab. Das war mein Ziel eigentlich für diese Challenge. Wir können da noch immer so Ziele setzen. Zum Beispiel jetzt. Mein Ziel über diese Challenge ist, positiv zu sein, was ich hiermit geschafft hab. Zwar nicht wirklich schön, aber für das, das ich keinen hatte, war es ganz okay. Ich weiß nicht, irgendwie so Challenges. Und dann, du musst mindestens das erreichen und das erreichen. Oder so in Richtung. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Ähm, der kreativste und lustigste Vorschlag wird wahrscheinlich genommen. Oder der, was am besten umzusetzen ist. Und ich freue mich schon auf eure ganzen Vorschläge. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und das war's mit der ersten Folge. Oder, ja, ne, die erste Folge war's nicht. Aber mit der ersten Folge der neuen Staffel unter Anführungszeichen. Gnome-Occation. Die Challenge. Ich hab's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und Ciao.